Oh ja, jetzt können wir echt laut... Oh, wir können laut über Tag und Nestern. Junge, knackt, wenn das so ein Shit, Alter. Also letzte Woche hier war nicht... Ach du Scheiße, war das schlimm. Ich hör's dir. Der sollte... Er hätte ins, wenn der weggehen müssen. Hey, ja... Der hat auch gestunken, wie sonst... Übelst. Okay, ähm... Habt ihr Bock, Chat? Gehen wir rein. Hand ich keine Lippen lesen. Auf einmal. Okay, ringt rein, Chat. Oh, das war das, Intro. Like this. New Super Mario Bros. New Super Mario Bros, ja, richtig. Ein Punkt. Wir müssen das eigentlich irgendwo eintragen. Wir brauchen so Dings, warte. Ja, eigentlich schon. Text, text, text. 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 Schreibt einfach, Bruder. Haben wir irgendwo coole Schriftart? Comic Sense. Nein. Doch. Nein. Graphic Design is my passion. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Burak. Eins. Null. Timo. Okay, aber tu es auch irgendwo... Ja, da unten haben wir ja Platz hier in der Leiste, weißt du. Genau. Passt so, Chat? Dann können wir hier mal anpassen. Kanalwette. Oh, wir können echt Kanalwette machen. Oh ja, mach mal. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Nicht auf dich setzen. Steht 1-0. Ach, mittig. Nee, passt doch hier an die Seite, oder? Oder soll ich so... Nee, nee, passt. Nee, nee. Achso, mach ein bisschen. Na gut. Das sieht wack aus. Das sieht noch wack aus. Machst du so, dass... Ja, nee. Machst du so, dass du genau bei diesem Video startest. Weißt du, was ich meine? Hä, was? Dass du kannst du genau am Video am Anfang des Punktes spielen. Aber guck dir das Dock die ganze Zeit dagegen. Nee, nee, nicht das. Ich meine, die Linke kann die hier sehen. Genau so. Achso, meinst du? Ja. Passt. Okay. Ihr seid immer noch gestrompt. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Wow. Ich gucke auch nicht, wo das ist. Ja, schade. Ich trinke jetzt doch spät. Ich hab keinem, ob mir jetzt Wasser zu holen. Du hast den Flaschen dafür, ne? Ich feier den. Der ist so old school, so rustikal irgendwie. Ich feier das. Der ist schon halber kaputt. Wo ist der kaputt? Nee, also du musst schon wirklich... Egal. Nee, hä? Der ist ja vorführend. Der ist ja vorführend. Verkackt. Verkackt. Außerdem steht da safe water drauf. Dann sieht man wahrscheinlich nicht, wenn wir nicht vollbild sind. Ja, doch. Gut. Okay. Tio, wenn du da jetzt reinschust, hab ich nie wieder... Oh nein, die dir so, oh nein. Warte, warum hat Leidon jetzt Auge... Achso, weil wir auf Tarkun gebasht haben. Achso. Das war der Clip. Oh. Der hat uns ja nicht gehört. Ja. In dem ist mein DNA drin. Oh, wir können Tarkun klonen. Nee, wir wollen nicht mehr Tarkuns auf der Welt. Wo hast du das Auge so riesig? Bro, das ist ein Fehler. Warte, wie steht's? Zeig mal. Oh. Schön, boah, gell. Boah, aber echt ausgeglichen. Na ja. Oh, okay. Was hast du gesagt? Ich stehe vor, Tago will jetzt echt ja fahren. Nicht boxen. Wieder gehen. Ich sag, ich würde es viel. Wäre schon witzig. Ja. Okay, ich muss mich aufrecht hinsetzen. Chat, jetzt wird's ernst. Dann willst du doch nicht so lange. Wieso? Findest du, das lenkt dich ab? Nee, stell dir mal vor, ich trauche und währenddessen erkenne ich die Musik. Okay. Ich kann auch mit. Okay, auf geht's, auf geht's. Okay. Wenn falsch ist, krieg ich Punkt. Was? Das hätten wir vorher auch. Logst du ein, logst du ein oder nicht? Nein. Okay. Ich logge ein Fire Emblem. Aber welcher Teil? Wir müssen schon richtige Game sagen, nicht nur Franchise. Ich logge gar nicht ein. Du logst nix ein? Nein. Okay, ich auch nicht. Aber wir können sagen, was wir gästen. Ich würde sogar üben Fire Emblem. Ich würde sagen, Fire Emblem Echoes. Echoes ist ja 3DS. Ah, die hätten, stimmt, ist ja auch 3DS. Aber es gab auch, glaube ich, Teile für DS. Ja, deswegen ja. Ich sag aber Echoes. Also ich logge nicht ein, aber ich sag Echoes. Fire Emblem Awakening. Kam das nicht für Game Advance? Nee. Awakening? Ja. Für 3DS. Bravery Default. Okay, okay. Ist fast Fire Emblem. Ja. Oh, das kenne ich. Pencil auf dem Strip, ja. Ich kenne das. Ich kenne es nicht. Wenn du in den Chat irgendwas schreibst, was richtig ist, das nehmen wir nicht. Deswegen raten bitte nicht. Nein, ihr dürft mitraten. Ja, aber... Okay, Ace Attorney, ja, wusste ich nicht. Nintendogs. Ah, let's go. Warte, warte. Ich glaube nicht, dass... Es ist Nintendogs, Bro, safe. Es ist Nintendogs. Bro, ich habe so viel dieses Spiel gespielt. Ich habe zu meiner Mom gesagt, ich komme richtig spät vor der Schule nach Hause. Bitte geh mit meinen Hunden, Garstie. Und meine Mom hat es gefühlt. Nintendogs. Ja, okay. Aber du hast nicht stark zu unseren Friends gesagt. Nein, 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 nein. Legend of Zelda. Minichap. Oder? Nee. Das ist ja für die Gameboy. Fuck. Ja, was war's denn? Spirit Tracks. Spirit Tracks. Habe ich nicht gespielt, habe ich nicht gespielt. Kann gut sein, ja. Ich log mal jetzt richtig ein, weil ich glaube, das ist richtig. Doch, das hört sich nach Spirit Tracks an. Ja, stark. Passt du vom Ton, Chat? Passt da alles? Professor Leighton, das mit dem Dorf. Das geheimnisvolle Dorf. Uff. Ich hoffe, dass es das nicht ist und dass ich den Punkt bekomme. Doch. Aber. Das ist der Anfangsteam, wenn du im Menü bist. Nee, nee, nee. Ich habe das Spiel damals gesuchtet. Ich habe keinen Teil vom Professor Leighton geschmückt. Ah, belastend. Ja, 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 okay. Bam. Leute, wir gehen weiter. Kingdom Hearts 365, eineinhalb Tage. Boom. Leute, doch nicht. Tut mir leid. Habe ich nie gespielt. Am Ende ist es doch nicht. Nee, muss es sein, muss es sein. Oder kribbelt dich so hart. Leute, bitte nicht. Gerade hat der mich ausgedribbelt. Ja, let's go. Was ist das? Seit 58, eineinhalb Tage, eineinhalb Tage. Oh, ja, 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 ja. Animal Crossing, ähm, New Leaf, New Leaf, New Leaf. Ich höre es nicht mehr, warum du sagst. Erster Ton direkt erkannt. Animal Crossing, New Leaf. Rhythm Paradise. Was? Was für ein Spiel? Rhythm Paradise. Damals habe ich es auch gesagt. Ach du Scheiße. Holy shit. Ich sagte es aber nicht. Das war stark. Das war strong. Tatsache. Rhythm Heaven. Ja, es heißt auf Deutsch. Ich mache kein Auge. Ich mache kein Auge. Es heißt auf Deutsch Rhythm Paradise. Shit. Feiern mit dem Echoes. Feiern mit dem Awakening. Du loggst einen? Ich logg auch einen. Wenn wir beide falsch haben. Geht keiner einen. Let's go, Junge. Let's go. Let's go. Mario Cup 7. Ich habe 7 gesagt. Ich habe 7 gesagt. Ja. Aber es geht nur eine Einpunkt. Ja, ja, ja. Okay, okay. Nee, Team Out 4. Es ist 7. Ich glaube, es ist 7. Es hört sich sehr stark als 7 an. Deswegen. Aber ich wusste, dass Nordicard ist. Aber ich wusste nicht welches. Fuck. Let's go. Title. Warum steht der Title? Jetzt weiß der Tracklog. Pokémon X und Y. Okay, das habe ich nie gespielt, Alter. Komm mal rein. Meine Gen. Ah, das ist nur 3DS und DS-Quiz-Chat. Ja. Aber ich glaube eigentlich. Phantom Hourglass. Zelda Phantom Hourglass. Ich habe voll viele Zelda-Teile noch nicht gespielt. Also bei Zelda bin ich mit dabei. Shara fühlt es, glaube ich, richtig. An den einen Typen. Mach mal geringe Latenz bei den Einstellungen an. Also übel nicht. Robben, vielen Dank für deinen Prime-Star. Kuss, kuss, kuss. Ich glaube, es ist Kitty Icarus oder so. Aber kein Plan. Lockst ein? Nein, ich lock nicht ein. Das ist ein DS-Spiel. Oh, man sagt Ultimate 4. Habe ich nicht gewusst. Hätte ich nicht gewusst. Kitty Icarus. Kitty Icarus. Das ist Kitty Icarus. Welcher Teil? Das ist der 3DS-Teil. Gibt es nicht auch ein DS-Teil? Nein. Sicher? Es gibt nur ein 3DS-Teil. Weil ich weiß, dass Kitty Icarus Urspring ist. Uprising. Uprising, nicht Urspring. Uprising. Ja, ja, ja. Ja, ja, kriegst du, kriegst du. Awakening. Urspring. Ich kann Uprising sagen, Chef. Mario, wer? DS. Das war der DS. Macht dir den Punkt. Gönn dir. Oh, nicht 4-7. Aber der erste Ton habe ich schon dran gedacht, aber ich war mir nicht sicher. Ja, ja. Malware Touch, genau das 3DS-Teil. Aber das war auch extrem geiles Spiel. Ja, übel. Super Smash Bros. 4. Super Smash Bros. 4. Ja, ich wollte Super Mario Bros. sagen. Okay, okay. Ist Super Smash Bros. für 3DS, ja. Ja. The end's world with you. Äh, the world ends with you. Ist es, glaube ich. Ich sag, ich geh damit. Ich sag's. Ich sag's. The world ends with you. Was? Ich glaube, ich hab recht. Ideas schreibt's auch. Ich glaube, ich hab recht. Was ist das für ein Spiel? Hab ich recht? Oh, Junge. Let's go. Was ist das für ein Spiel? Let's go. Ich kenn das nicht. Animal Crossing. Für den DS. Ja, ist der DS-Teil-Fan mit Crossinger. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber ich weiß, dass es richtig ist. Deswegen, den Punkt kriegst du schon. Ich mach da keine Auge. Aber ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber das für den DS. New... Nee. Nee. White World. White World war's. Ja, ja, ja. 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 Meet him. Von Mitopia. Von 3DS. Sicher, dass es von Mitopia ist? Du loggst ein. Ja. Okay. Bin mir da sicher. Mitopia ist echt richtig. Es ist wie Plaza. Street Pass. Das ist nicht Mitopia. Das ist ja das Spiel Mitopia. Das ist nicht Mitopia. Doch, kannst du nachgucken. Chat, ist wie Plaza Mitopia? Weil das hier ist nämlich eigentlich... Das ist eigentlich ein anderes Spiel. Was ist denn Mitopia? Guck mal. Mitopia ist ein ganz anderes Spiel. Zeig mal aber. Google mal. Warte. Ich kann es dir hier zeigen. Mitopia ist nämlich das hier. Das, was neu rauskommen wird. Ja, okay. Nee, nee. Gibt es auch für den 3DS. Aber das hier gab es schon. Street Pass ist was ganz anderes. Das ist so eine Free App für... Ja, die meinte ich aber auch. Fuck off. Ja, okay. Dann bekomme ich die nicht. Nee, nee. Aber ich glaube, Runde ist auch vorbei. Selbst wenn du ihn bekommen hättest, hättest du keinen Unterschied gemacht. Das ist over. Let's go, Chat. Let's go. Es tut mir leid. Selbst wenn Borak den gehabt hätte, hätte ich halt trotzdem... Wäre es 9-8 gewesen. Ja. Wollt ihr noch einen, Chat? Wollen wir noch einen machen? Setz nicht auf mich. Setz nicht auf mich. Let's go. Let's go. Let's go. Was gibt es noch? Videogame Music Battle Themes. Feier ich. Nein, bitte nicht. Doch. Battle Themes, Chat, habt ihr Bock? Wir gehen wieder auf 0-0. Ihr könnt Wette machen. Geht auf Timo. Und dann der 1. Der kann nicht mehr abstimmen. Wegen Borak. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. We're so free, oder? Let's go. Ich sage, wir können noch mehr machen. Ich fühle es gerade richtig. Ja. Hallo Malle. Oder Levi. Hallo Mali. Oder König. König. Hallo König. König. Was geht ab, King? Huch. Ei, ei, ei. Ich will bloß kein Sunshine spielen. Doch, du wirst Sunshine spielen. Ich werde Sunshine spielen, ja. Ich freue mich auch schon immer auf meine Party. Ich habe richtig Bock auf heute. Ich habe richtig Bock auf heute. Oh, man braucht eigentlich sein eigenes Mundstück. Ich habe so Bock, ne? Ich habe so Bock. Ich fühle es so dick. Ihr könnt mich nicht so, ihr könnt nicht so einen Druck auf mich abwästen. Das ist doch echt close gerade. Aber 1 zu 10 Quote. Ich sage, wenn ich jetzt gewinne, seid ihr noch... Guck mal, Lumax hat 1.437 Minuten auf dich gesetzt. Weißt du, wie viel Lumax hat euch gewinnt? Ich muss sie ihm gönnen, Alter. Und Jerry hat 10.000 auf mich gesetzt. Du musst ihm mehr gewinnen. Alex, was geht? Was geht, was geht, was geht? Ich habe mitbekommen, dass das neue Promokartenzentrum rauskam. Ja, Levi hat heute ein paar geöffnet, das war sehr wild. Wo habe ich eigentlich coached? Schreibe einfach die Antwort rein, easy. Okay. Okay, let's go. Let's go, warte, wir können Camp so ein bisschen näher rüber. So mittiger. Noch Wasser, wenn du wartest. Ich habe mich aufstehen. Oh, mega kacke. Ich versuch's, Gensus. Ich versuch's. Wir gehen rein. Aber ich kenne nicht so viele Batsits. Ach, das ist schon der richtige Track. Jemand hat gerade schon Persona 3 reingeschrieben. Dann nehmen wir das nicht. Ich dachte aber auch, das wäre so, so, yo, es geht los. Aber lass auf den Chat gucken, erst wenn das fertig ist. Okay, okay, okay. Was? Hätte ich aber nicht gewusst. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich habe Persona 3 nie gespielt oder so. Ich habe allgemein Persona nie gespielt. Ich spiele gerade Persona 5. Ist das. Ich kenne den Chat schauen. Ich werde eh nichts sagen. Ja, ich weiß auch nichts. King Dodonco. Das ist nicht King Dodonco. 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 Oh, Super Metroid, okay. Hätte ich gewusst. Ich kenne die Fire Emblem. Nein. Doch. Ich kenne die Fire Emblem. Aber ich habe keinen Plan von Fire Emblem. Ich habe auch keine Ahnung. Fates. Ja, siehst du? Ich sage, es klingt wie Fire Emblem. Aber es könnte alle... Ihr müsst wissen, es ist ja jetzt nicht mehr 3DSDS. Und es gibt 50 Fire Emblem-Spiele. Und ich habe keinen Plan. Fates ist aber 3DSDS. Ich glaube, es ist ja nicht mehr. Ja. Ja, es ist Fates. Ja, ja, ja. Komm, das ist so. Das freut. Was, wenn es nur Loll ist? Machen wir dann Scherz in dein Papier? Tut mir leid, Mali. Ist das Final Fantasy? Scherz in deinem Papier, Mali. Scherz in deinem Papier? Junge, Skies of Arcadia. Chat für die Dreamcast. Wer von euch hat es gespielt? Wer von euch hat es gespielt? Eins in Chat. Wer hat es nicht gespielt? Zwei in Chat. Niemand wahrscheinlich. Feindlich. Nice, Evan. Ja. Kein Mensch. Außer K. Er hat es gespielt. Iron mit dem Kapper. Okay. Scherz. Hast du es echt gespielt, Scherz? Nee. Ich weiß, Scherz hat echt viele Videospiele gespielt. Ich habe das Game gespeedrunnt. Okay. Da habe ich kein Auge. Ja, ich mache kein Auge da drauf. Aber ich weiß nicht mehr, dass das Spiel existiert. Ich wusste auch nicht. Wollen wir sagen, ab dem nächsten Franchise reicht? Beim nächsten Song? Deal. Deal. Kein Plan. Klingt wie Star Wars. Aber ist keine Antwort. Ich logge nicht ein. Nee, Fans ist nicht mehr auf dem Spiel. Ja, das passiert. Ja, und ich hoffe, ich habe ihn nicht gespielt. Kirby. Dragon Quest. Nein, das ist echt Dragon Quest. Jetzt hätte ich da kann. Nein, nein, nein. Die können ruhig reinschreiben. Ich habe eh schon gesagt. Aber es ist Dragon Quest. Ja, ja, ja. Jetzt hätte ich es erraten. Scheiße. Ey, der Anfang klang schon wie Kirby. Dragon Quest 11 will ich noch spielen. Habe ich noch nicht gespielt. Ich habe es ja auch, aber da habe ich noch nicht gespielt. Guck nicht in den Chat. Ich schaue nicht in den Chat. Guck mal, die, die, die. Nee, ich weiß nicht. Mir kommt es sehr bekannt vor. Es kam auch bekannt vor. Oh, Shadow of the Colossus. Ja, habe ich auch nicht gespielt. Er hat auch nicht schon. Das kenne ich. Mario Sunshine. Das ist echt Mario Sunshine. Scheiße. Oder warte. Nein. Das ist nicht Mario Sunshine. Fuck. Der Anfang klang so hart nach Mario Sunshine. Warte, aber Mario schreibt Burak hier Aburak. Ist doch Mario Sunshine. Ist nicht Mario Sunshine. Das ist nicht Mario Sunshine. Das ist nicht Mario Sunshine. Kirby. Klingt sehr wie Kirby. Kirby's Adventure. Ja. Es klang. Hätte es aber Mario auch sagen können, ne? Nichts. Also Mario hätte... Ja, aber trotzdem davon. Ich glaube, Megaman ist wahrscheinlich Anwend-Games. Was sagst du? Nee, ich sag gar nichts. Ich sag auch nichts. Ich sag, also ich glaube, es ist Megaman. Was sagt Ted? Speria. Ah, Tales of. Tales of Speria. Okay. Ja, okay. Das kenne ich. Das kenne ich. Final Fantasy. Final Fantasy. 23. Final Fantasy, ja. Let's go, Chad. Let's go. Ist nicht sogar Final Fantasy 7? Doch, nicht. Final Fantasy 10. True, true, true. Ja, doch, 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 doch. Ja, ja, ist 10. Tilo ist der Geile. Oh, das zeigt mir auch was. Oh, ich hasse mich dafür, weil ich es nicht kenne. Ich hasse mich dafür. Bro, es kommt mir so bekannt vor. Also, ich habe es schon mal gehört, aber ich könnte es nicht zuordnen. Ich glaube, es war im letzten Dings dabei. Das kann sein. Mach einen Guess, Mann. Ich brauche einen Punkt. Das hat mir gar nichts. Ich mache mal, weil ich gestern sage, Prince of Persia. Oh, Prince of Persia klingt, ist nicht schlecht, glaube ich. Oh, Witcher. Fuck. Aber Prince of Persia sehe ich. Ja. Also, ich sehe schon, dass du... Das kenne ich. Mega Man. Ist das echt Mega Man? Es könnte sehr gut Mega Man sein. Mega Man. Mario Bros. 3. Hä? Was? Ey, es klang wie Mega Man. Ey, es klang wirklich ein bisschen wie Mega Man. Ich mache kein Auge. Wahrscheinlich Mega Man Murak. Jetzt haben wir auch wieder was. Sag dann was. Ich habe schon drei Punkte verkackt. Du musst auch mal was sagen. Final Fantasy? Log sein? Mhm. Ich logge Final Fantasy ein. Ich glaube, es ist nicht Final Fantasy. Ich logge Final Fantasy ein. Ich logge Golden Sun. Ist Golden Sun? Kann echt Golden Sun sein, ja. Ich habe sogar gespielt. Ist fast selbe. RPG halt. Ich schwöre, es klang wie Final Fantasy 14. Nein. Nein. Dann sag aber, ich glaube nicht, dass Final Fantasy 14 ist. Ich würde sagen, das klang wie Final Fantasy 14. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht ein. Ah, Metal Gear Rising. Okay. Stark. Mega Man. Mega Man. Jürgen, alles was acht Bittes. Klingt wie Mega Man. Nee. Damit ist Mega Man. Battletoads. Battletoads. Oh, Street Fighter. Wild. Das klingt episch. Und irgendwoher kenne ich das. Aber ich habe keine Ahnung. Ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich sage es nicht. Ich glaube, es ist irgendwas aus der Sino-Saga. Blattbohren. Uuh. An der Tale. Ja, es ist An der Tale. Junge, aber das hast du übelst schnell erkannt. Ja, noch eins. Das war echt fast. Hätte ich auch erkannt. Aber war echt schnell. Ja, bei An der Tale bin ich denn. Hä? Was soll das? Comeback. Zwei Strecks noch. Das kenne ich. Ich glaube, es ist Smash. Ich glaube, es ist Smash. Timo, du musst auch was sagen. Du kannst nicht hier drei. Ich kann mir jetzt nichts sagen. Sag es jetzt Smash. Nein, 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 nein. Ich sage nur, dass der Track, glaube ich, in Smash drin ist. Das ist auch ein Smash, siehst du? Ah, es ist Xenoblade. Uuh, okay, okay. Ja, Xenoblade 1. Aber ich habe Xenoblade 1 noch nicht gespielt. Das kenne ich. Pokémon. Ja, Pokémon. Das ist Pokémon. Das ist Pokémon. Das ist Pokémon. Es ist, als diese D-D-D-Karm-wurstige Sau. Aber du hast zu schnell gesagt. Am Ende ist es doch nicht Pokémon. Warum haben wir mit Franchise gesagt, Mann? Hätten wir irgendwas erraten ansonsten? Nein, das wäre ja aber leider. Es tut mir leid. So, wo sind wir? Noch eine Runde. Chum-Change. Try again. Okay, I guess. Ach du Scheiße. Eine letzte noch. Letzte? Letzte. Letzte? Danach ist Anschein. Was? Nein, noch ein bisschen machen wir noch. Nein, nein. Okay, ihr könnt neue Wette machen. Das kenne ich, Timo. Das war ein Tausend Kämpfer von der Hintergrundmusik. Deswegen kannte ich es ja. Genau deswegen. Warte. Achso. Machen wir Schott-Themes. Ich sage, ich fühle es viel. Bitte. Bitte. Ich sage, Winter Special ist nice. Na. Aber ich habe schon Skyrim gesehen. Game Boy Series. Castlevania. Da bin ich nicht raus. Spooky Special. Metroidvania. Indie Edition. Nee. JRPG? Nee. RPG? Bin ich draußen. Nintendo Console. Wo? Da, das dritte Reihe, dritte Video. Das hier? Ja. Okay. Serienintros ist das Problem. Da sind wir schon. Nee, nee. Serienintros ist das Problem mit Copyright. Beliebt nicht. Oh nein, Leute. Was ist ein Totemitis an? Boi. Weil Serienintros sind ja meist normale Songs. Oh, Chara auch. Oh, wie ist die Lage? Oha, aber. Alter. Der ist wieder mit 10.000. Die Idee sind diesmal mit 10.000. Diesel, mach nicht. Juge, ich habe so viel. Mali auch. Mali auch. Mal drücken ich sowas von schwer gerade. Oh. Die Vorsorge läuft noch. Sonst wäre Wettbewerbs verzerrt, wenn es da so 1-0 steht. I believe, weil Mali believe. Ich believe nicht. Vorher zu drei geschwitzt sind bei Nintendo. Aber diesmal wieder Game wieder, ne? Ja, genau das Game. Genau das Game. Aber ich glaube, Consoles Edition, wir mussten die Konsolen erraten. Ne, Nintendo Consoles Edition ist einfach nur alles, was auf Nintendo Konsolen lief. Okay. Smash Bros. Smash Bros. Ultimate. Ja, ich habe nur Smash Bros. gesagt. Ja, ja, ja. Scheiße. Ja, Taku nur Smash. Smash Ultimate musst du sagen. Bam. Ich habe auch nur Smash Bros. gesagt. Also ich wusste auch, dass das Ultimate ist, aber... Ja, du hast nur Smash Bros. gesagt. Aber hätte ich Smash Bros. Ultimate gesagt, wäre ich schnell dazu gewesen, weil du noch super gesagt hast. Weil Smash Bros. Ultimate wäre ergegangen. Ich sage super Smash Bros. Ultimate. Wenn schon, ist es richtig. Pokémon, Rubin und Zafir. Und Smarag. Das schaust da runter. Hätt ich aber auch etwas... Der und Lil'Root Town sagen können. Okay, das hätt ich nicht. Metroid, es gibt so viele Metroid. Ich weiß es nicht. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Ich sage es nicht. Ich will nur einen Guess sagen, aber ich glaube nicht. Mein Guess ist Metroid Prime. Ich sage es super Metroid. Oh, zum Glück, ich habe nichts gesagt. Äh, das ist New League. Nein, das ist New Horizon. Ja, stimmt. Weil New Leaf gesagt. Du hast New Leaf gesagt. Ich sage New Leaf. Aber es ist New Horizon. Wie wir auch beide sagen. Ach du Scheiße. Alter, sei so spät. Ich muss das trinken. Ich habe schon spät. Ich habe schon keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Smash, glaube ich. Ja? Mein Guess. Ich sage nur Guess. Ja? Wir wissen es nicht, sagen wir jetzt. Mein Guess ist ab Zero. Pilotwings. Okay, ja. Kenn ich nicht. Aber ist ein Smash. Verlust. WeShop. Das ist der WeShop, ne? Warte, den Punkt. Das kam mir auch bekannt vor. We wusste ich, aber ich wusste nicht, was genau. Warte. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist wegen Mario. Biss. Nein! Nein! New Super Mario Bros. Hey, nicht groß. Hey, nicht groß. Ey, ich habe New Super Mario Bros. nie gespielt. Ich habe so schon auch. Ich habe selber keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Ich auch nicht. Willst du die Kohlenerern machen? Nee. Ich mache Pause. Ich mache Pause. Also, wir warten noch, was angezeigt wird. Wario Woods. Nee, hätte ich nicht gewusst. Nee, hätte ich auch nicht gewusst. Hätte ich nicht gewusst. Wer hat Wario Woods gespielt, Chad? Niemand. Jetzt hat er so. Ja, ja, Tara, safe. Ja. Ja, Tara. Ja, Tara, safe. Äh, ich weine. Okay, mach weiter. Feier Emblem, Three Houses. Habe ich nicht gespielt. Habe ich nicht gewusst. Hätte ich, wäre ich dem Leben nicht drauf gekommen. Ich habe euer Rücken. Ja, ganz genug. Ich tüsse dich auch. Ich weiß, dass du das Spiel so gefeiert hast. Yep. Also, ich fand wirklich nice. Sag mir was. Sag mir was. Ich sag mir nichts. Ja, Ginsu. Auge auf dich jetzt. Nee. Nee, hätte ich nicht gewusst. Hätte ich nicht mal. Hätte ich niemals gewusst. Sag mir was. Oh, fuck. Oh, fuck. Doch. Ich kenn das. Ich kenn's auch, aber... Ich kenn's so hart. Ich hab's glaube... Fuck. Pikmin, ja, das ist Pikmin. Aber du hast es im Chat gelesen, ne? Ja, ich hab's gerade gelesen. Pikmin 3, ja. Ja, okay. Ich hab's damals... Ich hab's gefeiert. Ich hab's nicht gespielt. Das ist ein Banger. Nee, ich habe A5s nie gespielt, tut mir leid. Das ist ein richtiger Banger. Nee, kenne ich nicht, leider. Wirklich nicht. Das ist ein Smash. Das kenne ich. Ah, der ist ein Vogel, Junge, der ist ein Vogel. Was geht? Der dumme Vogel. Ich habe so einen Link's Awakening gerufen. Ja, ich ruf so Böse. Ja, den dummen Vogel, sag ich doch. Ich habe keine Ahnung. Ich schon, aber ich muss gameln. Oder? Vielleicht ist die ein Watt. Ich könnte auch meinen, das ist Kingdom Hearts. Nee, ich sage nichts. Ich sage es nicht. Is das Xenoblade? Ist das Xenoblade? Es ist Kingdom Hearts. Es muss Kingdom Hearts sein. Oder ist es Xenoblade? Ja doch. Xenoblade könnte es... Kuss! 350,5 Tage, Mali. Und Birth by Sleep kam auch für Dings raus. Was ist das? Ich kenne das. Octopath Traveler. Boom! Boom! Du könntest dich 200. Da habe ich nie gespielt, tut mir leid. Ich habe es mir gekauft und wollte es bald anfangen. Habe ich aber noch nicht angefangen. Dream Drop Distance auch. Tinten Docks. Juck mal, du bist bei Noten Gassi gegangen. Leute, auf euch. Welches? Ja. Der nimmt wieder die Dackel da. Bro, ich habe Nintendo Docks so lange nicht mehr. Ich spiele keine Ahnung mehr. Naja, dann nehmen wir den Dackel. Den letzten zwei Punkte musst du holen. Ich habe einen Gass, aber ich will es nicht sagen. Ich sage es nicht. Donkey Kong Country? Ganz normal als erstes. Nein. Ja, weil ich ja Donkey Kong Country teil. Loggst du ein? Nein. Okay. Oder Donkey Kong Country doch. Nein, Richard. Ich lasse dich gaten. Du hast gesagt, du loggst mich ein. Ja, ich habe es eh gekauft. Ich bin wieder wie Arms. Ich habe einen Gass. Komm, ich mache auf Erich, ich sage es. Okay, ich glaube es ist falsch. Mario Kart 8. Ich glaube es ist falsch, oder? Papa. Papa Mario wollte ich gerade sagen. Bayonetta. Bayonetta 2, Bitch. Ich hoffe es ist nicht Bayonetta 2. Ich sage Bayonetta 2. Ich bete darum, dass es nicht Bayonetta 2 ist. Bitte lass es Bayonetta. Es muss Bayonetta 1 sein. Nein, nein, nein. Es ist nicht Bayonetta 2. Bitte nicht. Bitte. Es ist unentschieden. Ja, ich habe schnell Papier. Best of three. Ach, du Scheiße. Nur weil ich Mario Kart gesagt habe. Einen Mann. Ich habe schnell Papier. Warte, best of three oder bist du drei? Und er staubt auch noch ab. Ich hätte nichts sagen müssen. Du hättest nicht Bayonetta 2 gesagt, oder? Ich hätte dir gar nichts gesagt. Ich hätte einfach nichts sagen müssen. Auf. Wollen wir? Anders schlimm. Bereit? Nee, gar nicht. Best of four oder bist drei? Wir machen best of five. Best of five, okay. Schere. Ich schmitte hart. Ich schmitte hardcore. Okay, ready? Schere, Stein, Papier. 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 Ja, look, let's go. Let's go. So ein Ding ist es. Daddy holt die Punkte nach Hause. Darf ich nach Hause gehen? Nein. Fuck. Sich zwei Hunde im Park treffen. Nee, kenn ich nicht, leider. Wirklich nicht. Ist ein Smash. Das kenn ich. Ah, nee, läuft. Oh, nee, läuft. Oh, nee, läuft. Oh, nee. Die Nummer pro. Warte, 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 Chats. Ach du Scheiße. Oh, du bist so behindert. Ach du Scheiße. Okay, Moment. Ja, wir können so schauen. Nee, kenn ich nicht, leider. Wirklich nicht. Ist ein Smash. Ich kann nicht. Ah, nee, läuft. Ah, sorry. Okay, Junge, der Nummer pro. Was geht? Oh, so scheiße. Vor allem, wie wir weitestimus aufkommen was es ist. So, the moment of realization. Wirklich nicht. Das kenn ich. Ach nee, 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 nee! Du weißt, du weißt, du weißt, du weißt! Der Nummer Vogel, Junge, der Nummer Vogel! Fuck it! Der Nummer Vogel! Ach du Scheiße.